Servus, mein Name ist Dennis Krämer. Neben mir sehen wir Beringer Buschmann. Erstmal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr 2015. Wir freuen uns sehr, euch am 7. und 8. Februar in München wiederzusehen. Ja Beringer, was erwarten die Leute? Ja, auch von mir frohes neues Jahr und einen guten Start in 2015. Ich denke, es ist der perfekte Zeitpunkt fachlich gut zu starten in 2015 mit dem Faszien Summit. Wir werden eine Lecture und zwei Hands-On mit euch machen mit ganz spannenden Themen. der elastischen Energie im Training, Foam Whirling, Faszien-Stretches. Also euch erwartet einiges. Kommt vorbei, 7. oder 8. Februar. Wir freuen uns. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.